Im Maschinenbereich komme ich erst Lehrjahr und verdiene jetzt mein eigenes Geld. Ich arbeite bei Krennhof und ich bin total gerne da, weil wir eine super Arbeitsklima haben. Mir taugt die Arbeit, was ich mache, weil ich viel mit großen Maschinen zu tun habe und ich mache auch viel schlauere Arbeiten. Also mir gefällt es, mit den präzisen Maschinen zu arbeiten. Mein Beruf, den ich ausgewählt habe, ist Werkzeugbautechniker. Mir taugt es einfach, dass ich eine Trailer die Ausbildung anbieten. Weil ich nebenbei auch die Matura machen kann. Mir taugt es, dass in meinem Beruf das wirklich sehr an Genauigkeit bleibt. Ich bin Elektrobetriebstechniker mit Schwerpunkt Prozessleittechnik. Mir wird hier eine zukunftsorientierte Lehre ermöglicht. Kommt zu uns und lern was Gescheites. Die Krennhof AG